Hallo liebe Modo-Fans, herzlich willkommen hier auf dem Sabelsaurus, eurem deutschen Master-Saudi Universe-Kanal auf YouTube. Heute geht es wieder um eine Mondo-Figur. Das freut mich immer ganz besonders, denn ich bin ja ein großer Mondo-Fan geworden. Doch bevor wir hier jetzt mit anfangen, möchte ich gerne einen Lob an Mondo aussprechen, die hier wieder diese Stoßfänger mit dabei gelegt haben, um die Verpackung dann im Mailer zu schützen. Ich nenne diese Dinger ja liebevoll die Dolly Busters. Also das hier ist für mich ein Dolly Buster, weil die war ja damals auch einen Stoßfänger. Vergesst das wieder. Und auch du, YouTube, hast das nicht gehört. So, von den Dolly... Von den Stoßfängern zur Figur und dann schauen wir uns mal die Verpackung an. Vorne haben wir ein wunderschönes Artwork von Florian Bertmer, der hier Orko in einer zaubernden Position gezeichnet hat. Hier ist sein Zauberbuch mit dabei. Hier sehen wir sogar Daymar, den Dämon, der in seiner kleinen Version, bevor er sich dann verpuppt. Im Hintergrund ist das eher ein Bild oder ist es doch eher ein Fenster. Man weiß es nicht. Also ganz ehrlich, es sieht ein bisschen aus. Es sieht aus wie ein Fenster, wo Adam und Cringer dann gerade zu sehen sind. Der Prinz von Eternia hier nur halb. Naja. Und wenn man genauer hinguckt, dann findet man hier und dort dann bestimmt auch noch verschiedene Referenzen an den Filmation Cartoon. Das ganze Ding hat hier wieder diesen Magnetverschluss. Ihr könnt es hier dann entsprechend öffnen. Hier habt ihr eines der Produktfotos, der Werbefotos, die gemacht wurden, hat man hier auch wieder schön mit eingeflochten. Und dann natürlich die Figur, die nicht zu sehen ist, weil sie wieder hinter Plastik versteckt ist. Auf der Seite steht natürlich wieder das Master Sword Universe Logo, Orko, die Deluxe Edition. Das Ganze auf der anderen Seite ebenfalls. Hier oben das Moto Logo und hier unten 14 Plus. Ein besonderer Augenmerk sollte noch hier auf die Verpackung auf die Rückseite gelegt werden. Denn da haben wir eine kleine Bio. Obwohl er von kleiner Statur ist, hat der heldenhafte Hofmagier eine mächtige Position als offizieller Hofnar im königlichen Palast von Eternia inne. Er besitzt auch ein wichtiges königliches Geheimnis. Er stammt vom Planeten Trawla und seine sprunghaften Krä... Krämpfe? Okay. Seine sprunghaften Kräfte sorgen regelmäßig für spannende Abenteuer. Unter anderem. Aber bewaffnet mit seinem Zepter und seinem magischen Transporter wird der treue Orko mit Sicherheit aus der Patsche schweben. Zusammen mit seinen Freunden Prinz Adam und He-Man. Wobei das so ein bisschen natürlich doppelt gemoppelt ist, weil Prinz Adam ist Demon und ich hätte da irgendwas anderes hingeschrieben. Cringer vielleicht. Oder Battle Cat. Ja, gut. Packen wir die Figur mal aus. Denn da ist wirklich sehr viel Zubehör mit dabei. So, meine Freunde. Da seht ihr, wir haben jetzt final alles ausgepackt. Wir haben neben Orko selber noch hier Driel, die gerade umgefallen ist. Wir haben noch einen Filmation Orko mit dabei. Daymar, den Dämon. Wir haben fünf verschiedene Wechselhände mit dabei. Quasi auch sechs, weil wir hier Hände mit Energieeffekten dabei haben. Gucken wir uns auch alles gleich noch genauer an. Wir haben die Standfüße dabei für Driel und den Filmation Orko. Wir haben einen Wechselkopf mit dabei, der etwas Dämonisch hat reinguckt. Wir haben Orkos Stofftier aus dem Filmation Cartoon dabei. Dann haben wir natürlich hier diesen Wechselkopf ohne seinen Hut. Und dann haben wir noch hier sein Zauberbuch mit dabei. Gibt es auch eine kleine nette Anekdote in Verbindung mit der Verpackung. Sein Zauberstab ist mit dabei. Die Base für den Haupt-Orko ist natürlich dabei. Ich habe hier schon mal bei diesen Bases hier die Pinne reingesteckt. So, und da haben wir auch gleich die Vorrichtung für Orko aus dem Filmation Cartoon und Driel. So, die beiden werden einfach hier so reingeklickt. Seid ruhig ein bisschen vorsichtig. Muss ja nicht alles mit brachialer Gewalt sein. Ich werde die beiden später an Drachenschnur aufhängen. Das ist ganz gut. Hier sei gleich zugesagt, das hier sind mehr Statuen als Figuren. Es sind wirklich nur Dreingaben. Es ist ein bisschen enttäuschend, denn das Einzige, was man bewegen kann, das sind die Arme nach oben und unten. Nicht zur Seite. Die Hände sind ebenfalls nicht beweglich. Und vor allem der Kopf ist auch nicht beweglich. Also, das kann man sich an der Stelle dann sparen, das irgendwie zu versuchen. Und wie gesagt, das finde ich schon irgendwo ein bisschen enttäuschend. Vor allem bei einer so hochpreisigen Figur. Nun gut. Das ist natürlich, wie gesagt, nur eine Dreingabe. Es wäre trotzdem, glaube ich, nicht so schwer gewesen, hier irgendwie so ein paar Artikulationspunkte mit reinzupacken. So, das also wären hier die Ständer mit den beiden Figuren. Wie gesagt, gucken wir uns gleich noch an. Dann haben wir hier noch diesen Standfuß bzw. Base. Das Ganze sieht tatsächlich aus wie gefrorenes Eis. Ist auch ganz cool. So. Und dann wird das Ganze hier oben drauf gesteckt. Das ist natürlich ein System, was mir nicht unbekannt ist. Ich habe diese Art von Flying Stands früher schon gehabt. Nur im Kleinen. So. So. Ihr seht, wir haben hier Gabeln, die wir hier zusammen machen können. Finde ich besser als wie da. Und dann kann man den Orko ganz einfach hier reinklemmen. Zack. Das hält. Wunderbar. So. Hier noch die Fransen runter. Ja. Und das sieht doch schon mal wirklich top aus. Wie gesagt, haben wir jede Menge Sachen dabei. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail genauer an. So. Beginnen wir bei der Detailansicht jetzt mal mit dem Filmation Orko. Ihr seht hier, der Kopf lässt sich nicht bewegen. Die Arme lassen sich nicht bewegen. Auch die Hände sind nicht beweglich. Nur die Arme nach vorne. Und hinten vom Detailreichtum natürlich ist alles dem Filmation Cartoon angepasst. Und das ist auch okay. Das passt so. So soll es natürlich auch sein. Der Kopf ist auch nicht abnehmbar. Hier unten ist alles sehr flexibel. Also der Mantel hier aus einem sehr flexiblen Plastik. Das ist natürlich nicht schlecht gemacht. So sieht das Ganze von unten aus. Hier seht ihr auch, dass hier die Arme reingemacht werden. Und das war es eigentlich schon. Orko, wie man ihn aus dem Filmation Cartoon kennt. Dann kommen wir zu Drielle. Ja, auch sie nur auf die gleiche Weise wie Orko beweglich. Es lässt sich hier auch nichts abmachen. Vorne hier das Tuch ist unglaublich starr. Auch hier alles weitere am Kopf. Also sehr massiv. Hier hinten kommen schön die Haare raus. Und auch hier ist der Mantel sehr flexibel. Und auch bei ihr ist das gleiche System. Und sehr schön bemalt natürlich. Und sehr schlicht, wie wir es aus dem Cartoon kennen. Jetzt kommen wir zu Orkos Stofftier. Das ist auch nichts weiter als eine feste kleine Statue. Wenn man so möchte. Eine feste Figur. Wie halt eben zum Beispiel von Schleich. Da lässt sich nichts bewegen. Gibt natürlich auch Sachen von Schleich, die sich bewegen lassen. Ganz klar. Aber so Standard Tiere eigentlich eher nicht. Und so schlicht ist auch dieses Stofftier entsprechend gehalten. Und für das, was es ist, ist es ganz niedlich gestaltet. Dann eine Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe. Daimar der Dämon. Tja, aber hier ist bis auf den Kopf nichts beweglich. Wo bei Orko, Information Orko also, und Driel die Arme beweglich waren. Aber dafür der Kopf nicht, ist es hier bei Daimar der Kopf. Aber nicht die Arme. Der lässt sich einmal um sich selbst drehen. Das war's. Ansonsten sieht er natürlich aus wie im Filmation Cartoon. Hier hinten die kleinen Flügel. Die Hufen. Wobei man sagen muss, dass der Stand nicht wirklich gut ist. Er bleibt zwar stehen, aber einmal angestoßen fällt es sofort um. Hier der Stachelschwanz. Also wirklich sehr schön. Dann haben wir hier den vor Details nur so strotzenden Zauberstab. Sehr viele schöne kleine Runen hier eingearbeitet. Punktgenau bemalt. Hier zwischen ist es dunkel bemalt. Das Ganze geht hier über in diese Holzoptik. Und am Ende haben wir hier noch diesen Gold-Tip. Und dann kommen wir hier zu Orkos Buch. Seinem Zauberbuch. Unglaublich schön und detailliert gestaltet. Hier mit diesen ganzen Falten darin. Dieses Emblem hier und hier vorne auf der Rückseite. Hier die Stoßfänger. Da sind wir wieder. Na ja, so natürlich die Gold-Tips hier. Der Buchrücken sehr gut gemacht. In der Innenseite erkennen wir Daymar. Und hier wahrscheinlich dann die Beschwörungsformeln. Und was natürlich auffällt, ob das Zufall ist oder nicht. Hier in diesem Buch auf dieser Seite haben wir die verwandelte Version von Daymar. Nachdem er sich verpuppt hat. Und auf dem Cover, auf der Box selbst, ist vorne ebenfalls das Buch abgebildet. Aber da ist eben die nicht verpuppte Version. Nämlich diese hier zu sehen. Ob das extra ist oder nicht. Das war mal dahingestellt. Hier hat man wirklich sehr viel Liebe zum Detail bewiesen. Lesen kann man da natürlich nichts, aber das ist schon ganz cool. Sehr gut gemacht. Und schaut euch hier einfach mal die Seiten an, wie sie artikuliert sind. So, kommen wir zu den Energieeffekten, den Magieeffekten sozusagen. Woran auch hier diese Hände modelliert sind. Die anderen Hände, die Handpaare, die spare ich mir jetzt einfach mal auch mit dem Wechseln. Weil es sind und bleiben natürlich nur Hände. Da haben wir noch Fäuste. Greifhände natürlich. Und welche, die quasi gerade Magie ausstoßen, eine Zauberformel beschwören. Das Ganze hier ist zum Beispiel auch sehr schön transparent. Und gleiches gilt natürlich auch für diesen hier, wo Orko gerade einen Wirbel forciert. Vielleicht um gerade irgendein Portal zu öffnen oder sowas. Oder irgendwas zu beschwören. Das sind wirklich extra modellierte Hände. Woraus hier zum Beispiel der Energieeffekt kommt. Sieht man noch sehr schön. Wir haben sehr viele schöne Farben mit eingefangen. Hier Lila und Gelb, was sehr schön ineinander übergeht. Hat man unglaublich gut gemacht. Und vor allem sehr gut, dass hier auch diese Kugelgelenke mit dabei sind. Dann kommen wir zum ersten Wechselkopf. Orko in seiner vollkommen unbekleideten Gestalt. Habt ihr ihn euch so vorgestellt. Diesen Kopf kann man natürlich auch auf den Körper tun. Tun ihn mal beiseite. Kommen wir zum zweiten Wechselkopf. Dieser ist wirklich hammermäßig gestaltet. Erstmal hier der Hut ist flexibel. Das Ganze hier ist starr. Ihr könnt den Hut nicht abnehmen. Dann kommen wir hier zum zweiten Wechselkopf. Der etwas dämonischer, etwas düsterer dreinblickt. Hier mit diesem Gebämsel hinten dran. Finde ich eine coole Sache. Hier oben hat man verschiedene Flicken mit eingearbeitet. Einen Wash hier schön benutzt. Den Hut kann man, obwohl er hier sehr flexibel ist, kann man nicht abnehmen. Das braucht ihr also erst gar nicht versuchen. Ihr könnt zwar so ein klein bisschen das Ganze hier hoch schieben, aber er ist tatsächlich nicht abnehmbar. Ja und auch hier das Halstuch ist nicht abnehmbar. Obwohl es sehr flexibel ist. Es ist hier so festgemacht. Vielleicht könnte man es freiföhnen. Vielleicht könnte man es freiföhnen. Aber warum sollte man das tun? Also eine ziemlich schöne Alternative zum Originalkopf. So und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, nämlich der Orko-Figur selbst. Ein sehr schön modellierter Kopf. Auch hier so diese Striemen und so weiter. Richtig flicken oder so, wie bei dem anderen haben wir hier nicht. Auch hier ist nichts abnehmbar. Weder das Halstuch noch der Hut. Man kann natürlich den Kopf insgesamt abnehmen. Und ihr seht schon darunter ist Orko nackt. Also man kann die Kleidung beiseite schieben und möglicherweise ja auch abnehmen. Hier ist der untere Teil mit den angezogenen Füßen und Beinen. Den hat man auch schön gestaltet, obwohl das Ganze hier natürlich nur drunter ist. Man kann das Ganze auch ausziehen. Ich weiß nicht, wie man es macht. Ich habe es nirgendwo gesehen. Ich werde es noch mal recherchieren und wenn, dann werde ich euch das Ganze noch mal zeigen. Aber man kann die Beine nicht bewegen. Die sind starr. Das Ganze hat aber auch hier einen, ja es ist ein Hüft- oder Bauchgelenk. Auf jeden Fall ist hier ein Gelenk. Ein Hüftgelenk ist mit dabei. Ihr könnt das Ganze drehen, wie ihr wollt. So. Dann verzieht ihr natürlich hier den Rock. Dann haben wir hier ein wirklich schön gestaltetes O. Sehr modern. Hier als quasi Kette. Dann hat Orko hier einen Gürtel mit drum. Mit diesen Beuteln hier mit dabei. Hier noch eine Münze, wahrscheinlich für seinen Münztrick. Und hier solche kleinen Kristalle, die hier dann festgebunden sind. Hier gibt es noch eine kleine Tasche. Und hier richtig schön gestaltete Kleidung aus Stoff. Hier mit diesem schönen Goldrand. Und das macht alle Bewegungen mit. Die Arme sind super flexibel. Ihr seht es hier. Wir haben hier sogar ein Zwillings-Doppelgelenk. Also ihr könnt hier mit richtig viel posen. Soweit das bei Orko natürlich möglich ist. Denn ja, warum sollte er auch viele Gelenke haben? Schade finde ich es tatsächlich hier bei den Beinen. Hätte man was machen können bei einer Figur dieser Preislage. Und ich finde es tatsächlich schade, dass man da nicht wirklich viele Gelenkpunkte bei den anderen Figuren hat. Packen wir hier einfach mal den Wechselkopf drauf. So, und das sieht doch schon gleich viel besser aus. Gefällt mir um einiges besser. Also wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Zum Schluss noch einmal die Base vom Haupt Orko. Und es kommt glaube ich wirklich nicht so rüber. Es sieht echt aus wie gefrorenes Wasser. Das hat man echt toll gemacht. So, und hier jetzt nochmal Orko mit dem Wechselkopf. Ohne Kapuze und ohne Halstuch. Sieht schon irgendwie ein bisschen verloren aus. Aber tatsächlich passt das zur Größe des kleinen Männleins. Und die Frage ist, könnte es so oft wirklich ausgesehen haben. Weiß nicht. Wäre mir zu lieb. Keine Ahnung. Der Mächtige des Waldes in so einer Gestalt. Ich glaube eher nicht. Tja, Freunde, damit sind wir auch schon am Ende dieses Unboxings angelangt. Mussten ein bisschen auf die Tube drücken, weil es wirklich immens viel ist. Ihr seht, man hat beim Kauf dieser Figur wirklich jede Menge Zubehör mit dabei. Und ja, es gibt ein paar Wermutstropfen. Wie gesagt, dass Daymar hier wirklich sehr schlecht steht. Kann ich mir nicht unbedingt schönreden. Ein bisschen ruckeln. Zack, dann ist er schon umgefallen. Trotzdem eine ziemlich geile Figur. Leider aber bis auf den Kopf kann man hier nichts drehen. Also keine Artikulationspunkte. Bei Drielle und für Mason Orko ist das halt ebenso. Man kann nur die Arme bewegen nach vorne und hinten. Nicht mal zur Seite. Nicht mal die Hände sind beweglich. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, die ich wirklich nicht gut finde. Ansonsten der Detailreichtum bei allen Figuren ist absoluter Hammer. Natürlich kann man bei den Filmation Sachen hier jetzt nicht so viel erwarten. Dafür sind sie ja auch nicht gedacht. Das Buch ist absolute Wahnsinn. Der Zauberstab natürlich, die Wechselhände und so weiter. Es ist wirklich absolut top. Der Wechselkopf gefällt mir ehrlich gesagt besser. Auch mit dem Gebämsel hier. Das glaube ich sogar aus dem Revelation Cartoon entstanden sein könnte. Das Halstuch hier vorne, wie gesagt, nicht abnehmbar. Die Füße darunter haben wir uns ja schon angeguckt. Ich wage es wirklich nicht, das Ding auseinander zu nehmen. Nur für den Effekt, um hier mal den Kobold tatsächlich komplett freigelegt zu haben. Das mache ich einfach mal an anderer Stelle. Ich habe kein Video gesehen, wo einer das wirklich gemacht hat. Es gibt ein Bild, wo der Körper von dem Kobold komplett entblößt ist. Ja, aber ich versuche es nicht mit brachialer Gewalt. Orko selber ist absolut genial, kriegt eine 1++. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Außer liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euch noch einen zauberhaften Tag. Macht's gut.